Was ist eigentlich ein Verein? Welche Zwecke verfolge ich, wenn ich einen Verein gründen will? All das schauen wir uns heute mal in diesem Video an. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köber & Partner Steuerbundesgesellschaft und wir haben uns unter der Marke Steuern, Steuern auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir zeigen unseren Mandanten nicht nur, wie sie ihre Steuerlast deutlich senken können, sondern auch, wie sie unter ihre Unternehmensstruktur aufbauen müssen, damit es steuerlich optimal ist, aber auch haftungsrechtlich optimal ist und das Vermögen so besser geschützt ist. Denn in Zukunft steuern wir gemeinsam auch deine Steuern. Was ist überhaupt ein Verein? Ein Verein ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen, die ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Ein Verein in Deutschland ist eine juristische Person, es ist der Urtypus der Kapitalgesellschaft. Geregelt ist der Verein auch im BGB und zwar in § 21. In der Regel ist der Verein nämlich nicht rein durch wirtschaftliche Interessen, sondern oft erfüllt der Verein oder oft wird der Verein gegründet von mehreren Personen, von den Mitgliedern, um gemeinnützige Zwecke zu fördern, denn es gibt verschiedene Arten von Vereinen. Den Zweck des Vereins, den muss ich festlegen, ähnlich wie bei einer Stiftung. Auch bei einer Stiftung gebe ich ja der Stiftung dann ihr Wesen, indem ich den Zweck vorgebe, indem zum Beispiel gemeinnützige Zwecke oder familiäre Zwecke, also private Zwecke, dann ist es der Unterschied zwischen Familien und einer gemeinnützigen Stiftung. Und auch beim Verein muss ich hier dem Verein einen gewissen Zweck geben. Wenn ich ihm wirtschaftliche Zwecke gebe oder wirtschaftlichen Interessen, dann ist es schon auch ein Verein, der durch das jeweilige Bundesland zum Beispiel anerkannt werden kann, aber kein klassischer Verein, der auch den Zusatz E-Punkt, V-Punkt führt, also eingetragener Verein. Denn ein Verein muss sich in Deutschland dann, wenn er Rechtsfähigkeit erlangen möchte, ins Vereinsregister eintragen. Also er ist eine eigene juristische Person mit eigener Rechtsfähigkeit, wenn er ein eingetragener Verein ist. Da ist aber dann eben die Voraussetzung, dass der keine reinen wirtschaftlichen Interessen hat. Deswegen in der Regel sind die Vereine gemeinnützig. Und da gibt es eben ganz verschiedene Vereine, jeder kennt sie, den Sportverein, ja auch kulturelle Vereine gibt es, Musikvereine gibt es, also bunt gemischt. Man kann einen Verein jeden Zweck grundsätzlich geben. Wenn er aber gemeinnützig sein soll, dann muss ich mich hier an die Abgabenordnung halten. Und da schauen wir einfach mal in den Paragraf 52 Abgabenordnung rein. Da gibt es eben reichlich verschiedene gemeinnützige Zwecke. Und wenn mein Verein zum Beispiel eben Förderung von Sport hat, weil die Mitglieder hier einen Sportverein gründen wollen, dann bin ich eben ein Sportverein. Und der Sport kann eben verschiedene Arten haben. Der klassische Fußballverein, den wir kennen, kann aber auch ein Tennisverein sein, ein Basketballverein oder ein Kegelverein, je nachdem. Also ein Verein grundsätzlich ist sozusagen ein Zusammenschluss von mehreren Personen, die gemeinschaftlich einen Zweck festlegen und diesen dann auch zusammen verfolgen. Wir sind hier in einer juristischen Person. Das heißt, auf der Körperschaftssteuerseite, also ein Verein ist grundsätzlich Körperschaftssteuer- und Gewerbesteuerpflichtig. Die Mitglieder, die haften auch nicht, wenn es ein eingetragener Verein ist. Also das ist eine haftungsbeschränkte Rechtsform. Aber wenn der Verein gemeinnützig ist, dann zahlt er in der Regel keine Körperschaftssteuer und keine Gewerbesteuer. Denn so ein Verein hat steuerlich gesehen, sehr, sehr interessant, vier verschiedene Bereiche. Er hat einmal den ideellen Bereich, den gemeinnützigen Verein, also den Sportverein zum Beispiel. Da bin ich komplett in der Steuerfreiheit drin. Also ich zahle hier keine Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer. Also ich kann mit so einem Verein, weil ich eben keine wirtschaftlichen Interessen verfolge, hier erhebliche steuerliche Vorteile nutzen und die dann Mitgliedern dem Sportverein wieder zugutekommen lassen, weil ich hier eben keine Steuern zahle. Die Mitgliedsbeiträge, die können absetzbare Spenden sein bei dem jeweiligen Mitglied in Einkommenssteuerklärung, müssen es aber nicht. Also da muss man schon immer darauf achten. Es kann auch sein, dass sie nicht abzugsfähig sind als Spende im klassischen Sinn. Aber der Verein muss die Mitgliedseinnahmen, Mitgliedsbeiträge nicht unbedingt versteuern, vor allem wenn es in den ideellen Bereich eben reinfällt. Der Verein hat aber steuerlich auch noch den vermögensverwaltenden Bereich. Wenn er zum Beispiel eine Immobilie erhält oder Kapital anlegt, in Aktien, Töchtergesellschaften hält, hier Kapitalankünfte bekommt, das ist dann auch nicht steuerpflichtig. Und es gibt den Zweckbetrieb, der dem ideellen Bereich dient, der ist auch in der Regel steuerbefreit. Allerdings in der Umsatzsteuer muss man ja ein bisschen aufpassen. Es gibt aber auch noch den vierten Teil des Vereins, also vier Bereiche. Der vierte Bereich ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Das heißt, ein Verein darf schon auch wirtschaftlich tätig sein, zum klassischen Beispiel die Vereinsgaststätte vom Sportverein, aber nicht rein wirtschaftlich. Und dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, der darf eben nicht im großen Umfang sein, sonst könnte hier die Gemeinnützigkeit gefährden. Es ist auch bis 45.000 Einnahmen im Jahr steuerbefreit. Darüber hinaus zahlt dann der Verein, der klassischerweise gemeinnützig ist, aber trotzdem hier unter Umständen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Ja klar, er ist ja auch im Wettbewerb mit anderen Gastronomen, denn die Sportgaststätte ist ein ganz normaler Gastronomiebetrieb. Der Italiener von nebenan, der wäre ja dann benachteiligt, wenn der Steuern zahlt und der andere nicht, dann könnte er eben hier Preisdumping betreiben. Und das will man verhindern, deswegen kann auch ein gemeinnütziger Verein, der in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben hat, ganz normal steuerpflichtig sein, aber dann nur für diesen Bereich. Und wenn ich so einen Verein jetzt in Deutschland gründen will, ja da sollte ich ein paar Dinge vorher mir überlegen und ein paar Gedanken machen und jetzt schauen wir uns mal an, wie läuft denn so eine Gründung ab. Also erstens muss ich dem Verein den Zweck geben, das ist das Wichtigste. Also eben zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein, der zum Beispiel einen gemeinnützigen Zweck verfolgt und zwar Schutz der Umwelt, Umweltschutz, wäre auch ein gemeinnütziger Zweck. Also ich muss einen Zweck festlegen, dann brauche ich eine Satzung, eine Vereinssatzung. Und diese Vereinssatzung, da muss ich auch zum Notar, wenn ich ein eingetragener Verein werden will, denn dieser Verein wird dann eingetragen ins Vereinsregister. Und dann darf ich den Zusatz für den E-Punkt, V-Punkt. Also im Vorstand brauche ich mindestens drei Mitglieder. Aber um den Verein erstmal zu gründen, brauche ich mindestens sieben Mitglieder. Also ich brauche sieben Gründungsmitglieder. Natürlich können von diesen sieben Gründungsgliedern dann drei davon im Vorstand sein. Also ich brauche sozusagen keine zehn natürliche Personen. Wobei die Gründungsmitglieder nicht nur natürliche Personen sein müssen, sondern es könnten auch juristische Personen sein. Also auch eine Stiftung, eine GmbH oder eine AG oder, oder, oder könnte Gründungsmitglied eines Vereins sein. Ich brauche nur sieben ordentliche Mitglieder, um einen eingetragenen Verein, einen rechtsfähigen Verein zu gründen. Wenn ich einen nicht rechtsfähigen Verein gründen würde, da bräuchte ich nur zwei, aber dann habe ich auch nicht die ganzen Vorteile von dem eingetragenen Verein. Also wenn ich den Zweck habe, die Satzung habe und drei natürliche Personen, die im Vorstand sind, wobei beim Verein auch Mitglieder juristische Personen sein können, das müssen nicht nur natürliche Personen sein, dann muss ich eben die Gründungsversammlung abhalten, also den offiziellen Akt, um den Verein zu gründen, was in der Regel dann beim Notar stattfindet. Anschließend leitet der Notar das weiter ans Vereinsregister und wenn alle Voraussetzungen eben erfüllt sind, dann werde ich eingetragen ins Vereinsregister und führe dann den Zusatz E.V. Wenn ich aber auch gemeinnützig sein will, also die gemeinnützige Anerkennung will, dann muss ich das Ganze auch noch mit dem Finanzamt abstimmen und das sollte ich auf jeden Fall vorher machen. Denn ich sollte vorher die Satzung mit dem Finanzamt abstimmen, ob ich die Anerkennung auf Gemeinnützigkeit bekomme. Denn wenn ich sie nicht bekomme und ich war schon beim Notar und bin vielleicht sogar schon eingetragen, dann muss ich die Satzung nochmal ändern, nochmal anpassen, damit ich eben die Gemeinnützigkeitserfülle und das erfordert dann eben nochmal Notargang und nochmal Kosten und nochmal eine Änderung der Satzung. Deswegen ganz wichtig, bevor ich einen Verein gründe, einen gemeinnützigen Verein, stimmt die Gründungsunterlagen vorher mit dem Finanzamt ab. Und wenn ihr da Unterstützung braucht oder nicht wisst, wie man das abstimmt und was in der Satzung stehen muss, dann meldet euch gerne bei uns. Wir gründen eine Vielzahl von gemeinnützigen Organisationen jährlich und wir beraten dich nicht nur, welche Rechtsform für dich die beste ist, Stiftung, GmbH oder Verein. Eine GmbH könnte auch gemeinnützig sein, sondern wir setzen das Ganze auch mit dir um und betreuen dich auch langfristig vor dem Finanzamt. Schick uns dazu gerne eine Anfrage einfach unter anfrage.körper-partner.com oder über unsere Homepage www.körper-partner.com gerne auch telefonisch und lass auch deine Steuern in Zukunft optimal steuern.